Draft Battle ist, die Wette ist durch, denke ich, ne? Mia gibt immer noch einen extra Punkt. 4-2-3-1, dieselbe Regel. Scheiße, was macht man da? Ich glaube, ich gehe mit der hier, die war immer gut. Ich gehe mit der, die ZU1 haben sich letzte Woche gebrochen. Joa, passt der halt nicht, dann nehme ich halt den hier mit. Also, der Gewinner kriegt die Rewards, der Verlierer einen Shisha-Show-Schlag. Äh, Smelle! Packe ich doch mal ein, mache ich einen Hero-Draft, he? Ich finde, äh... Ne. Dann machen wir mal Raffin hier mit. Warum nicht, Alicia Lehmann? Da habe ich keine Zeit für. Dankeschön für die Saps, Jungs. Ah, ja. Ich lasse mich hier nicht von Frauen ablenken. Ich muss confident bleiben, weißt? Neh mich ein Bowen mit. Ja, Baltimore. Jo, ich packe es immer ein, hopp. Bisschen Rating. Vor drei Sekunden sagt er, ich lasse mich von Frauen nicht ablenken. Ja, aber sie hat ja auch gutes Rating. Sie hat ja auch gut... Das wäre jetzt... Eigentlich, Alicia Lehmann war ja das Rating nicht gut. Da war ja kein Rating gut, Simbot. Hör auf, wenn ich drüber gucke, sehe ich nur Fähnchen. Oh, hopp, holen wir nochmal Bundesliga mit rein. Ich sehe noch Fähnchen. Hol dann einen Bruch ab. Ich werde das Ding ablatzen, Digga, das hat die Welt noch nicht gesehen, ne? Mit deinem Oberschenkel werde ich abpratteln. Ja, Smaller ist doch Bundesliga. Komm, wir gehen mit der Bundesliga. Zum Glück hast du keinen Oli See mitgenommen. Ja, wusste ich da noch nichts. So, so langsam müssen wir Bundesliga. Ich kann ja dann doch Premier League, aber ich muss ihn halt reinholen. Ja, wir holen mal rein. Scheiße, weil ich das Ding abprattle. Oh, was? Okay, das Ding ist over. Mit dem Extra-Punkt hast du gewonnen. Extra-Point. Chad, it's over. Oh. It's over. Ja, packen wir mal ein. It's over. Romero bringt mir nix hier rein. Oh, dann kommen wir da rein. So, jetzt müssen wir auf die Premier League, ach, auf die Premier League, auf die La Liga ein bisschen rumschwitzen. Ja, muss ich ja schon mitnehmen hier. Brauche ich. Brauchen wir schon. Da muss ich jetzt durch. So, was haben wir das da? Ciao, Phil, ich vom Barcelona. Der kann noch stürmen. Was kann noch? Der kann LM, könnte man da rüberholen. Der kann auch, ah, der kann kein RF. ZOM, ST kann der. Ah, ja, 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 ja. Atletico Madrid will ich weiterbringen. Ich könnte sie noch mit reinmachen. Ist eine Spanierin. Atletico Madrid, schade, dass er da nicht mehr spielt, ne? Da war er mal noch. Ah, ich nehme mal sie mit. Robinson bringt mir auch nicht. Guck mal, ob man die noch ein bisschen so mit Spanier, weißt du, da reinklatschen können. Ich muss das Spanierin als Arbeiterin machen. Ja, muss ich durch. Hä? Guck, guck. Susu muss ich da schon reinballern. Scheiße, der extra Punkt Sitz. Der bringt halt viel durch, ne? Der extra Punkt Sitz, Chad. Pellegrini. Das Ding ist over. Oh, Simmons. Ah, bringt mich aber auch nicht weiter in der Mitte. Was haben wir denn da jetzt noch? Auch Spanierin Liga bräuchte ich halt noch irgendwo was. Das Ding ist over, Chad. Ein Void auf RV habe ich leider nicht. Merisch bringt mir auch nichts. Boah, ich nehme die Beste mit. Bringt mich alles nicht weiter. Oh, Havert's Abi. Aber ich muss ja ihn hier mitnehmen. Oh, fuck. Digga, er ist ja so gut. Ich packe dich ein. Ich packe dich da rein. Da bin ich doch durch, Chad. Ja, Ding ist over. Shisha-Slauch. Warum kriege ich den jetzt eigentlich ab? Jetzt gehe ich hier nur noch schön auf Rating, Alter. Schön auf Ratting, aber da müsst ihr noch ein bisschen Ratting geben. Gustavo Di Bizza. Di Bizza. Basta. Oh, Marta. Aber die kriege ich ja gar nicht rein. Aber wir nehmen sie mal mit. Boah, Belly Code wäre halt auch noch geil, ne? Ein Belly wäre halt krass ein 90er. Marta kriege ich halt niemals rein. Müsste ich mit Brasilien arbeiten? Kriegst du die jeweils durch. Francescoli. Brasilien, Brasilien. Ein Punkt hättest du, ne? Ja, ich nehme Belly mit. Gibt da da auch einen Minuspunkt. Oh, packen wir mal ein. Rating ist Rating. Ja, Marta hätte ich nicht durchbekommen, Freunde. Niemals. Das wäre zu krass. Ich muss pingeln und dann hole ich mir meinen Jeezuschlauch ab, ne? Das hätte mir bei Belly gefehlt. Okay, seine Nation fehlt dann halt, ne? Mit Alex Garcia wäre man da durch. Aber... Ja. Digga, du hast einen extra Punkt in 85. Was willst du denn da? Warum so? Oh, JJ Okocha auf RM. Park Chi. Jung. JJ Okocha muss ich ja mitnehmen. Fang mal mal ein. Premier League. Komm, gib ihm. Ja, gibt hier erstmal Minus, aber packe ich ein. Da kann ich ja loslassen. Da kann ich es auch so lassen. Das passt so, Chad. Das passt so. Ja, der kann halt auch ST, ne? Aber ne. Ne, das passt so. Hol ich so ab. Extra-Duppe. Was meint ihr mit Lost? Ich hätte, glaube ich, vorhin wirklich noch in den Englern... Oh, Chad. Gib ihm. ...mitnehmen müssen, ne? Alter, was ist der Manager? Nur Silber und Bronze. Wer geht da, jeder? Gewinner kriegt die Rewards, Verlierer kriegt ein Shisha-Sharp. 119. Mit einem extra Punkt. Das ist krass. Super. Ah, genau. Wir können auch die WL-B-Lanz ändern. Da habt ihr recht. Da habt ihr recht, Chad. 10, 5. Jo, ist okay. Wow, Michelle, 4, 2, 4. Gehe ich mit einer freudigen 3er-Kette, äh, 5er-Kette. 4. Sie ist ja Vogelwild, die zweite. Ich gehe 5, 2, 3. Ja. Ich schwitze auf die EVs. Das ist nix. Das ist schon nix. Robert Löbern. Gut, es geht. Jo, setz dich mal an Bruno von Arns. Bruno von Arns. Mit dabei schon keine Heroes kommen. Oh, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Nimm mit der Ankara Messi, fängt man leicht durch. Ankara Messi. Boah, nee, oder? Muss ich über die EV gehen? Scheiße. Okay, für den Pleintopfdicht die Wild. Eie. Nie, nie. Gerasi, Gerasi, 0 Gerasi. Wow, was wird denn das? Eieieieieieieieieieieieieiieieieieieieieieieieieieieieieieiei. Kann einfach ganz Liverpool bauen, oder was? Komm schon. Zumindest chemie-technisch bist du durch, ne? Tellik, nimm uns den Tellik mit. Trimmel. Ach, du Scheiße. Ist das respektlos. Wappenmei. Ist das respektlos. Wappenmei. Ist das Ding over, Chad? Ist das Ding over. Verhost. Ist das Ding over. Verhost. Ja gut, ich hab Bremer League halt jetzt hier stehen, ne? Ja, ne, komplette Bremer League Mannschaft. Was soll ich euch sagen? Ihr Wuppenmäus. Und natürlich ein Tor wieder krieg ich nicht, ist auch klar. Da müssen sie jetzt aber ganz schön rein spucken hier, ne? Oh, Francesco Ali und ein Trink-Kakao. So klar. Und er bringt halt gar nix, ne? Das war so klar. Er bringt halt gar nix. Oh, ihr bekommen es aber. Kui! Oh, Mbappé! Mbappé! Das kriegt ihr mal durch, viel Spaß. Alter, der kommt aber grad. Das ist ja immer mehr Minus. Von Yari Littmann mit Ehrendevise bringt halt auch echt viel, ne? Usman, Usman Dembélé. Okay, wäre ein Perfekt-Link zu Mbappé gewesen, Kappa, ne? Warte! Die kann nur nicht stürmen. Geil! Zeig her. Sie geht mit Null rein. Sie hat keine Team-Chemie. Zeig her. Aber sie gibt einen Extrapunkt. Ihr beschießt die doch mal gut raus, ne? Ich weiß, wie es ist, ne? Ihr berotzen die da aber auch raus. Ja, aber ich brauch's ja immer schlechter. Es wird ja immer schlechter. Es sind ja auch noch die falschen Heroes. Kammer winker jetzt da drauf mit Mbappé, ne? Es sind ja immer die falschen Heroes. Check, really? Ich steh auf Bauch. Ach, Becker. Die Momika. Kennst du die Momika? Alter, Ginolski. Ginolski. Oh, Lembélé gibt einen Extrapunkt. Daphne war es dann wirklich. Scheiße, aber die kamen nochmal richtig hinten raus. Aber was für eine... Kamen nochmal richtig raus. Ja, die Heroes waren doch schon nochmal krass. Das war vorher schon klar, Jungs. Dieser eine Extrapunkt, der hat schon geregelt. Torwart gibt's keiner bei mir, Menschheit. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich krieg Rewards und kann einen Gummischlauch hier rauslassen. Das ist genau das, was ich brauch heute. Genau das, was ich brauch. Lass gleich los, oder? Ja, Sef. Wichtig und richtig. Ich würde sagen, vor Rewards gibt's erstmal einen Gummischlauch. Ja, Sef. Ich lass dir wirklich so ein bisschen meinen Frust auch raus. Die WL, da waren schon Frustmomente da. Okay, warte mal. Oh, fuck. Boah! Scheiße, der hat Druck. Der hat Druck gehabt. Der hat Druck gehabt. Der hat Druck gehabt. Scheiße, der hat Druck gehabt. Da war ich im Druckraum, Jett. Druck, Druck! Druck machen! Druck machen! Boah, du Bastardvieh, Digga! Da war die... Du dreckiges Bastardvieh! Digga, warum fängst doch du mit sowas an? Du dreckiges Bastardvieh! Oh, der wird, der kommt. Der hat gescheppert. Oh, der hat richtig viel Druck. Ich hab das Gefühl nicht mehr. Oh. Du bist ein Bastardvieh. Oh, guck mal. Da ist er richtig eingeschlagen hier vorne. Eie! Da bin ich wieder blau. Eie! Eie, ich werd zurückkommen, Jett. Eie! Ich werd zurückkommen. Der gehört nicht so auf den Druckraum, oder? Jungs, bei 11.000 Saft wirklich. Shisha braucht bei so einem Auge ins Gesicht. Hör doch auf! Was willst du denn damit immer? Ja, das ist, weil du da anfängst mit so einem Mist. Jett, wir machen eine Wette. Wir machen eine Wette, Jett. Aber das war ein gutes Ventil für die WL. Ja, du hast den Druck da angefangen, weißt du? Ey, ich sag euch ehrlich, Jett, so dieses Fingerspitzengefühl für den Schlag gut zu treffen und gut durchzuziehen, aber einem dann das Bein durchzuhauen ist halt manchmal so ein bisschen schwierig. Bis zum nächsten Mal drin! Bis zum nächsten Mal Kil孩.